hier die böse oma von leslie feuerwerk eine 50 schuss batterie aus der homo serie wir haben 40 sekunden brenndauer 20 bis 25 meter effekthöhe und 50 schuss wie gesagt eine 20 millimeter batterie gekauft bei jawohl für nur 9,99 euro wenn man bedenkt dass diese batterie eine nem zahl von 400 gramm hat da sieht man es 400 gramm ist das für so eine relativ große batterie sind da zehn euro ein echt guter preis effekt ist bunt durchgemischt alles dabei eine relativ schnelle schuss folge mit ein paar final seiten am ende viel spaß beim test ja komm alle weg gibt mein feuer immer weil muss der bengale zünden ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020